Bin ich männlich? Bin ich männlich? Ähm, warte. Warte vor allem, als ob das so irgendwie zweifelhaft wäre. Hey, meine Raba Hocken und herzlich willkommen zu einer neuen Runde. Wer bin ich zusammen mit deinem ganz besonderen Gast? Nämlich der Diana. Hallo. Ja, Diana ist nämlich die, mit der ich meinen Channel, den ich quasi zuvor hatte, durchgeführt habe. Und ich dachte mir, es wird mal eine Zeit, dass ich euch die liebe Person vorstelle. Obwohl, so lieb ist sie eigentlich gar nicht. Was willst du denn, ey? Das ist wieder was ganz anderes. Ich blende unten ein, wer wir jeweils sind. Und ich würde sagen, Ladies first, du fängst an. Okay. Ähm, bin ich männlich? Ich muss erst mal, wen habe ich mir nochmal überlegt? Ach ja, genau. Oh, Ben. Ja, du bist männlich. Stinkendes Wahlrosse, ey. Okay, alles klar. Ich bin das gewinnende Wahlrosse, wenn ich gewinnen werde. Mhm. Mach weiter. Okay, ja, ja, ich hatte ein Ja. Ähm, bin ich zwischen 20 und 30 Jahren alt? Boah, das ist aber eine schwierige Frage. Ähm, ja, Ben. Also, ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, aber ich glaube schon. Okay. Ähm, das nehme ich mal als Ja vorerst. Bin ich in der Gaming-Branche tätig? Ja. Habe ich schon eine Frage gestellt? Ja, ich habe eh keine Frage gestellt. Also, ist ja egal. Ich habe immer Ja's. Ja, ist ja auch so. Ähm, habe ich viele Produktplatzierungen? Nein. Ja nicht, ne. Okay. So, dann bin ich jetzt dran. Ähm, bin ich ein Let's Player? Nein. Wuss. Haha. Fuck, Mann. Ähm, habe ich über 100k Zapps? Solche Fragen sind verboten. Wieso? Weil es zu einfach, dann ist drauf zu kommen. Okay. Das sind die offiziellen Varos-Rules. Varos-Rules, hört her. Ne, okay. Ähm, bin ich cool oder uncool? Bin ich cool? Ja, du bist schon cool, ja. Ja. Okay. Also, du jetzt in Wirklichkeit ja nicht, aber den du repräsentierst schon, ja. Bin ich ein Let's Player? Ja. Ja. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Aber ich werde zuerst noch mehr einkriegen. Spiele ich Minecraft? Ja. Ich glaube, ich weiß, wer ich bin. Ähm, gucke ich manchmal doof auf Fotos? Keine Ahnung, weiß ich nicht. Ja. Gibt es ein Foto von mir, wo ich in einen Burger beißen möchte und dabei doof aussehe? Nein. Okay. Nicht, dass ich wüsste. Ähm. Okay. Ich meine, ich kenne jetzt nicht jedes Foto, aber ich glaube, nein, ne. Ähm. Was für eine Frage. Okay, dann bin ich dran. Mache ich Musik auf, Jürgen? Nein. Was? Du bist echt schlecht in Fragen. Ähm. Das sind die größten, egal. Spiele ich PvP-Games? Ja. Bin ich bei Varro 2 dabei? Frage verboten. Was? Also, ja. Nein, ist verboten einfach. Gott, ey. Das ist wie der Ben. Das ist typisch, Jürgen. Nein, aber das ist sonst zu, aber das ist sonst zu einfach. Weißt du, sonst könnte man ja auch fragen, wer lebt zu noch in Varro? Oh, ich habe eine gute Frage. Ähm. Mache ich Facecam-Videos, beziehungsweise weiß man, wie ich aussehe? Ja, man weiß, wie du aussehst. Habe ich? Habe ich eine ungewöhnliche Frisur? Nö. Du bist nicht ungespielt. Ähm. Okay, ich bin jetzt dran. Okay. Mache ich. Es bleiben ja nur noch zwei Sachen, die man machen kann. Die Sache ist, welcher nehme ich jetzt davon? Ja, du kannst alles auf YouTube machen. Du kannst Traktoren vorstellen. Bin ich männlich? Ja. Ja, weil du wirst ja wohl jetzt niemanden neben der Traktorenvorsteller. Den werde ich wohl eher nicht kennen. Ja, aber ich wusste den ja auch kennen. Oh Gott, ich hoffe, du kennst den, den ich gemacht habe. Oh, nee, ich kenne ihn 100 pro nicht. Ich kenne mich voll schlecht aus mit YouTuber. Scheiße, du hast kein Facebook mehr, ne? Nee, aber die Videos von denen gehen auf Facebook viral im Moment. Oh, das ist ein guter Tipp. Ja, weil sonst würdest du es nie erraten, weil du in Facebook bist. Okay, da mache ich mit Sicherheit Comedy. Mache ich Comedy? Ich glaube, man muss es so nennen, du belustigst Leute. Also, mache ich Vlogs? Oder mache ich unter anderem Vlogs? Ja, Vlogs. Und nein, du bist nicht Mr. Tutorial, weil seins grenzt ja auch nicht. Der heißt Herr Tutorial, bitte. Oh, sorry. Oh mein Gott. Und der macht auch keine Facebook-Videos, soweit ich weiß. Okay, dann können es nicht, der Tipp war ziemlich riskant von dir, weil dann können es nicht viele sein. Nein. Ich muss einfach kurz noch gucken, wie der in echt heißt. Habe ich ein, in Anführungsstrichen deutsches Aussehen, ein europäisches Aussehen oder eher nicht? Ja, deutsch-europäisch, ja. Ja, also ja, deutsch-europäisch, okay. Dann fallen schon mal zwei weg. Soll ich sagen, wer? Dann fallen eben schon mal. Wer? Alberto fällt weg und der andere, Simon Desjo fällt auch weg. Ja, okay. Okay, wer bin ich denn da? Du hättest vielleicht auch jemanden nehmen sollen, der mehr als drei Abos hat. Nee, hat er. Er hat ganze fünf. Man hört wieder auf der Tastatur und klicks. Ja, ich habe den Nachnamen von dem Typen vergessen, Mann. Also hat der seinen echten Namen als YouTube-Name? Naja, ich hoffe nicht, obwohl die Dummheit wäre dem zuzutrauen. Was? Okay, also er ist dumm. Okay, weißt du was? Ich glaube, wir überlegen uns einen neuen, weil du kennst den nicht. Ich habe dir so viele Tipps gegeben. Wenn du wüsstest, wer das ist, dann wüsstest du es schon. Sag, wer? Ah, wie heißt denn? Ben Drexler? Ben sonst wie? Der heißt auch Ben, glaube ich. Was? Das ist der, der die Mülltonnen und so ableckt. Die Videos gehen voll gerade auf Facebook. Habe ich noch nie gehört. Was ist denn das für ein Randy? Jetzt habe ich aber drei, jetzt habe ich erstmal hier zweimal einen neuen Bonus, weil du verkackt hast. Ja, aber ich muss auch mal wieder fragen. Nee, ich bin jetzt dran. Du hast dich ja eigentlich in die Irre geführt. Bin ich männlich? Bin ich männlich? Ähm, warte. Warte vor allem. Als ob das so irgendwie zweifelhaft wäre. Ich muss mir doch erst eine neue Person ausdenken. Ach so. Ja, der Niederweg. So, nach dieser kurzen Unterbrechung, weil Jana völlig versagt hat, habe ich jetzt erstmal drei. Ich habe jetzt erstmal, ich darf jetzt so lange fragen, bis ich... Eben war es doch zwei. Nein, bis ich zweimal einen Nein habe, darf ich jetzt. Okay. Und dann bin ich mal wieder dran, weil ich habe meine Infos schon wieder alle voll vergessen. Ja, ja, reicht jetzt, also. Also, bin ich männlich? Ja. Okay. Ähm, bin ich Let's Player? Ja. Mache ich Minecraft hauptsächlich? Ja. Uh, shit. Bin ich, äh, 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 bin ich Dr. Banks? Mann, du bist so bescheuert! BOOM! Hahaha! Das finde ich nicht witzig, Benjamin. Der hat ja gewonnen, easy. Wohin wusstest du das? Ich konnte es mir so ein bisschen denken. Okay, jetzt musst du aber noch weiter raten, wer du bist. Weißt du, du hast einfach alle Fragen immer Nein kassiert und jetzt redest du einmal ans Blaue, während ich nur Ja's kassiert habe und keine Ahnung, wer das sein soll, weil es einfach 100.000 Minecrafter gibt und du mir Fragen verbietest wie, hat er über oder unter 100k? Verboten! Haha, nee, den kennst du aber hundertprozentig. Bin ich Brünett? Boah, ja, ja. Oder bin ich dunkelblond? Dunkelblond, dunkelblond. Ja, toll, jeder dunkelblond. Ja, eben. Jeder deutscher dunkelblond. Außer die, die sich entfernen. Hab ich über 100k Abos? Nein, ich dachte, du brauchst die Fragen nicht. Doch, brauch ich. Nein, hast du nicht. Bin ich ein unbedeutender Noob? Nein! Du bist ein richtiger Babo, würde ich eher sagen. So ein richtiger geiler Typ. Hab ich über 50k? Nein. Also ich würde, also wenn ich, also ich würde jetzt auch durchaus den beneiden. Also war ja so cool. Oh mein Gott, bin ich Dr. Banks? Aber das ist nicht dein Ernst, oder? Ja. Das ist doch nicht dein Ernst. Ja, wir sind nicht beide Dr. Banks genommen. Doch, an mir. Okay, Leute, damit habe ich natürlich easy gewonnen, wie man das gewinnt ist von mir. Was? Schaut auf jeden Fall mal bei Jana vorbei. Ich weiß noch nicht, was ich da verlinke. Aber ich verlinke auf jeden Fall irgendwas von ihr. Ja. Und ich würde sagen... Was ist los mit ihm? Das ist stinkendes Walross. Übrigens, ratet mal, wer den Walross-Smiley erfunden hat. Ich will ja nichts sagen, oder? Erfunden. Also sie hat sich halt immer verschrieben und hat statt diesen normalen Smiley, diesen Walross... Also dieses... Also sie hat sich einfach verschrieben. Das Euro-Zeichen ist nur meine Klammer. Und ich habe daraus... Ich habe daraus erst das Walross-Smiley gemacht. Ja, aber ich habe sie tausendmal und seit die Nase gerieben. Ja, aber unabsichtlich. Ja. Okay, Leute. Lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr Wer-Bis... Ne, Wer-Bin-Ich heißt das Ganze sehen möchtet. Schaut bei Jana auf jeden Fall vorbei. Und ich würde sagen, wir sehen uns morgen. Tschüssi. Bis dann. Tschüssi.